So kommen wir zu Rechnungswesen Teil 27. Wir waren hier stehen geblieben bei dieser Aufgabe Earn-Value-Analyse und ich hatte es betont, es geht mir natürlich auch darum, das Ganze zu interpretieren. Das sind hier insbesondere diese Fragen 4, 5 und 6, denn das einfache Ausrechnen, denke ich mal, ist jetzt nicht die große Herausforderung. Also wir haben die Aufgabenstellung, wir haben 24 Monate, wir befinden uns im 21. Monat, die Aufgabenstellung besagt, dass eine Projektverlängerung ausgeschlossen ist, also einfach eine Zeitverlängerung ist nicht möglich. Da stellt sich dann natürlich zuerst die Frage, wie hoch ist der Fertigstellungsgrad im 21. Monat? Wir haben also in Summe 24 Monate 345.000 Euro und im Istbild laufen wir uns schon auf 288.000 Euro und unser Fertigstellungsgrad sollte dann natürlich bei 345.000 Euro, Multipliziert mit den 60 Prozent im 21. Monat macht 207.000 Euro. Wie hoch ist dann die Planabweichung? Das ist, glaube ich, auch relativ einfach nachzuvollziehen. Wir haben die 207.000 und gucken uns an, wo wir stehen müssten im 21. Monat und das ist natürlich die 301.875 relativ einfach auch wieder ausgerechnet, nämlich die 345.000 durch 24 Monate multipliziert mit 21 Monaten, dann kommt man hier auf diese 301.875 und wir sehen, dass wir schon eine deutliche Abweichung haben. Man kann es eigentlich aus der Aufgabenstellung auch schon ein Stück weit herauslesen, dass das Projekt hier, wenn wir nur schon im 21. Monat sind, wo nicht so richtig auf die Linie beziehungsweise auf dem geplanten Status ist, das lässt sich eigentlich aus den Zahlen auch ohne Ausrechnung schon erkennen. So, wie hoch ist die Differenz zwischen dem Fertigstellungswert und den Ist-Kosten? Das ist dann auch einfach ausgerechnet, nämlich die 207.000 minus der 288, die schon angefallen sind, haben wir also auch ein Minus von 81.000 Euro. Also Planabweichung hoch, dann haben wir die Abweichung zu den Ist-Kosten ziemlich hoch und jetzt ist die Frage eben, wodurch kann das bei der Nummer 4 zustande gekommen sein? Na, da kann es alles mögliche natürlich zustande gekommen sein, da könnten sich jetzt einige Sachen raussuchen oder sich überlegen, natürlich kann diese Differenz allein durch Preiserhöhung vielleicht zustande gekommen sein, wenn irgendwas deutlich teurer geworden ist, dann kann es sein natürlich auch, dass wir einen viel höheren Ressourceneinsatz benötigt haben, als wir ursprünglich geplant haben und dadurch die Abweichung beispielsweise zustande gekommen ist. Als nächstes können wir beispielsweise Ressourcen verschwendet haben, also wenn wir beispielsweise, ja, vielleicht auch Personal eingestellt haben, externes Personal, was einfach langsamer arbeitet als geplant, also Verschwendung von Ressourcen und so weiter. Also Sie können hier natürlich bei der Frage 4, könnten das sehr unterschiedliche Dinge sein, wichtig ist dabei zu erkennen, was könnte es denn sein? Und hier ist ja auch in der Aufgabenstellung nicht mehr gesagt, deswegen kann man hier auch nur verschiedene Vermutungen anstellen. Wichtig ist eben, dass man versteht, woran es denn liegen könnte. Da schließe ich auch gleich die Frage 5 dran an. Ist zu erwarten, dass das Projekt noch zum Erfolg geführt werden kann? Begründen Sie Ihre Entscheidung? Nein, das Projekt kann sehr wahrscheinlich nicht zum Erfolg geführt werden, denn wir befinden uns im 21. Monat. Eine Projektverlängerung ist ausgeschlossen, das heißt, wir haben noch drei Monate Zeit, um alles aufzuholen. Und wenn Sie sich nun mal so die Prozentwerte auch anschauen, wie hoch die Abweichungen sind, können wir das in den letzten drei Monaten mit Sicherheit nicht schaffen. Also, wir sind nämlich im 21. Monat und wir haben erst 60 Prozent erreicht. Warum sollen wir in den letzten drei Monaten dann 40 Prozent aufholen können? Wir haben auch im Ist schon viel mehr ausgegeben, als ursprünglich geplant gewesen ist. Das sieht man ja hier an der Fragestellung der 288. Auch das ist natürlich ein klarer Indikator darauf, dass man das nicht einfach so mal wieder aufholen kann. Und nach dem, was alles bisher gelaufen ist, ist natürlich daher nicht zu erwarten, dass wir in den letzten drei Monaten nach aktuellem Projektstand das Ganze in irgendeiner Form aufholen können. Es sind in der Vergangenheit so viele Fehler gemacht worden. Warum sollten wir jetzt hier bei diesen eindeutigen Zahlen überhaupt in der Lage sein, das aufzuholen? Sehr unterscheidend. Nummer 6. Haben das Projektmanagement bzw. das Projektcontrolling im vorliegenden Fall versagt? Begründen Sie Ihre Entscheidung? Offensichtlich ja. Also, Sie haben offensichtlich versagt. Das Projekt kann ja eigentlich nicht mehr zum Erfolg geführt werden, wie ich das in Ziffer 5 schon ausgedrückt habe. Das Projektcontrolling hätte natürlich die Entwicklung viel, viel früher erkennen können. Dafür ist ein Projektcontrolling einfach da. Und das Projektmanagement hätte das auch artikulieren müssen gegenüber den entsprechenden Gremien. Und dann hätten Richtungsentscheidungen im Sinne genau des Kerns von Controlling ausgesprochen werden können, sollen, müssen vom Projektcontrolling und vom Projektmanagement an die entsprechenden Gremien, die man typischerweise bei Projektvorhaben kennt, wie so ein Lenkungsausschuss beispielsweise. Falls jetzt, aber das ist auch sehr hypothetisch, geht aus der Aufgabenstellung nicht hervor. Also, wenn das Projektcontrolling jetzt informiert hat, die Gremien, dann ist natürlich dann die Gremien schuld und nicht mehr das Projektcontrolling. Aber ich denke, weil zusammenfassend, man kann hier sehr gut erkennen, was man aus diesen Zahlen herauslesen kann. Und das basiert ja auch auf dem, was wir in dem Teil internes Rechnungswesens teilweise schon besprochen haben, nämlich was im Plan kosten soll, Kosten und so weiter. Und man erkennt auch, dass man hier mit relativ einfachen Instrumenten wirkliches Controlling eben durchführen kann. Und sie ja auch höchstwahrscheinlich in ihrer späteren Berufstätigkeit viel mit oder an Projekten arbeiten. Und deswegen sollte man eben diese Irrt-Value-Analyse grundsätzlich verstanden haben und kann hieraus eben sehr gute Rückschlüsse für das Controlling ziehen. Das zu dieser Aufgabe. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben am Anfang dieses Teils der Vorlesungsreihe ja über Controlling gesprochen. Und da ging es ja um originäre Bestandteile des Controllings und dann um die abgeleiteten. Und hier wird das jetzt konkreter. Was haben wir wirklich als Werkzeugkasten zur Verfügung? Hier erstmal nur für das Controlling allgemein. Wir kommen dann nochmal spezieller drauf, wenn wir über IT-Controlling sprechen. Also Kostenrechnung haben wir zum einen eben, also Entschuldigung hier unten, wir haben natürlich Basissysteme wie die Buchhaltung. Das wissen wir, das haben wir schon gesehen, auch in unserem Teil der Vorlesung. Wir haben so etwas wie Zeiterfassung. In vielen Organisationen müssen die Mitarbeiter ihre Zeiten erfassen. Damit ist nicht gemeint, dass man eine Steckkarte irgendwo reinsteckt und damit Gleitzeiten erfasst werden, sondern Zeiterfassung im Sinne von Erfassung von Arbeitszeiten auf inhaltlichen Objekten. Wir sehen das im weiteren Verlauf der Vorlesung auch noch, was das bedeutet. Betriebsdaten können solche Daten sein, also beispielsweise Produktionsdaten könnte das sein. Dann hat man die Materialbuchhaltung oder Lagerbuchhaltung, also auch der Einsatz von Ressourcen und so weiter. Also wir haben in einem Unternehmen zahlreichste Möglichkeiten, hier Daten zu sammeln. Und wenn sie die aktuelle Diskussion in Corona-Zeiten beispielsweise auch mit aufgreifen wollen, da sehen wir eben, dass jetzt überbelegt wird oder Arbeitgeber überlegen, ob man die Homeoffice-Aktivitäten der Mitarbeiter nicht irgendwie tracken oder überwachen kann, um zu sehen, dass sie auch tatsächlich arbeiten. Das ist natürlich jetzt datenschutzrechtlich eine große Fragestellung und die Betriebsräte werden oder wehren sich schon dagegen. Aber Botschaft ist, wir haben ohne Ende Basisdaten, die wir natürlich für das Controlling heranziehen müssen, wollen, weil das eben ein ganz, ganz wichtiger Datensatz dafür ist, wie man eben Steuerungsempfehlungen aus diesen Daten eben auch ableiten kann. So, was haben wir in der Kostenrechnung? Einen Großteil davon kennen wir, weil das haben wir natürlich schon behandelt. Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger dürfen Sie, wie gesagt, nie wieder vergessen. Kostenarten, welche Kosten, Kostenstellen, wo Kostenträger, wofür. Dann haben wir das ganze Thema Entdeckungsbeitragsrechnung, auch das haben wir uns schon angeschaut. Und am Ende des Teils, der Kostenrechnungsvorlesungsteil, wenn ich es mal so nennen darf, waren wir bei Ist-, Soll- und Plankosten. Im Weiteren kann man natürlich auch Prozesskosten ermitteln, also wirklich bezogen auf einzelne Prozesse, Arbeitsabläufe in einer Organisation. Das Ganze ist ziemlich aufwendig, wie Sie sich vorstellen können. Denn wenn Sie an einen Geschäftsverfall aus der Buchhaltung denken, der wird ja auf einer Kostenart erfasst. Also nehmen wir mal ein Beispiel und sagen, wir schalten einen Anwalt ein, weil wir uns mit einem Mitarbeiter streiten. Nehmen wir mal so einen ganz einfachen, profanen Fall. Dann erfassen wir das in der Kostenartenrechnung, beziehungsweise in der Buchhaltung über irgendeinen Kostenart und Buchhaltungskonto, was da vielleicht gutachterliche Stellungnahmen oder anwaltliche Beratung firmieren würde, so würde ich es mal ausdrücken. Und wer in der Buchhaltungsteil gut aufgepasst hat, der weiß, dass wir das dann hinterher als Aufwand in die E&V übernehmen. So, aber das hat ja jetzt nichts mit einem Geschäftsprozess im Unternehmen zu tun. Wie kriegen wir denn diese Gutachterkosten irgendwo auf einen Teilprozess unseres Geschäftsbetriebes? Äußerst schwierig, sicherlich. Genauso, wenn Sie über Materialeinsatz nachdenken und so weiter. Deswegen ist Prozesskostenrechnung zwar für die Überwachung, gerade bei Produktionsprozessen, ganz, ganz, ganz hilfreich, aber eben ganz, ganz schwierig zu konzipieren, einzuführen, umzusetzen, zu administrieren und auch dann sicherzustellen, dass die richtigen Daten da rauskommen, um auch wirklich einen Nutzen zu stiften. So, das Zweite sind eben die Projektkosten. Über die haben wir gerade auch schon gesprochen mit der Earn-Value-Analyse beispielsweise. Auch da wird meistens dann ein Kostenträger angelegt, der da eben ein Projekt darstellt mit seinen besonderen Eigenschaften, um Projektkosten nämlich tatsächlich auch überwachen zu können. In Bereichen, in denen ich natürlich Forschung und Entwicklung habe, sind diese Überwachung der Projektkosten natürlich existenziell. Also wenn Sie jetzt beispielsweise daran denken, nehmen wir wieder die Pandemie, passt gerade so gut. Wenn so ein Pharmakonzern jetzt ein Medikament entwickelt beispielsweise, dann muss ich natürlich ein Objekt haben, um die Projektkosten dieses Projektes Medikament Covid-19 zu überwachen und dann daraus beispielsweise abzuleiten, also alle Ressourcen, die reingeflossen sind, über ein BRB mit Sicherheit auch die Gemeinkosten, auch die Projektkosten draufgeschlagen sozusagen, um dann letztendlich auch die Preisuntergrenze ermitteln zu können. Und da sind wir wieder beim Break-Even-Point. Welchen Preis muss ich nehmen, damit was schön ist, diese Projektkosten für dieses neue Medikament beispielsweise erstattet bekommen. Und da ist natürlich auch, wenn Sie auch die Presse jetzt gerade verfolgen, geht es ja auch darum, dass man beispielsweise, ich sag mal, Regionen auf der Welt, die sich vielleicht das nicht so leisten können, dann eben auch subventionierte Preise anbietet. Also auch da wieder ganz konkreter Bezug der Kostenrechnung und deswegen eben Teil dieses Werkzeugkasten des Controllers. Dann haben wir über Planung die mittlere Säule hier schon gesprochen oder ich hatte schon einige Ausführungen dazu gemacht. Wir hatten über den Regelkreis der Steuerung gesprochen. Wir brauchen natürlich immer irgendeine Jahresplanung. Das gilt auch wieder für alle. Es ist jetzt egal, ob Sie, ich sag jetzt mal, einen kleinen Kiosk betreiben oder VW sind. Denn Sie müssen ja Ihren Absatz zumindest, bleiben wir mal beim Kiosk, der Arbeit in den Kiosk haben, müssen Sie ja zumindest vorplanen, um zu sagen, okay, ich muss im Monat mindestens so und so viel Flaschen Bier verkaufen, Süßigkeiten verkaufen, um meine Miete zu decken, um mein eigenes Gehalt zu sichern, um meine Versicherung zu bezahlen, um die Pacht für den entsprechenden Kiosk bezahlen zu können. Das heißt, Jahresplanung oder zumindest, ja, auch Monatsplanung ist immer erforderlich, egal was für ein Geschäft Sie dort betreiben. Und sicherlich der eine oder andere von Ihnen hat mit Sicherheit auch irgendwie einen Verwandten, Bekanntenkreis, vielleicht auch kleine Unternehmer, Handwerksbetriebe, auch die müssen das machen, weil man ja auch wissen muss, Mensch, wenn ich jetzt beispielsweise investiere in neue Werkzeuge, kann ich das aus meinem laufenden Geschäft bezahlen, muss ich dafür einen Kredit aufnehmen? Auch das hängt ja in dieser Jahresplanung mit dran. So, dann sollte man, das ist jetzt weniger vielleicht das, was jetzt den kleinen Handwerksbetrieb betrifft, aber eine strategische oder mittelfristige Planung machen, also zum Beispiel fünf Jahre, wo will ich denn eigentlich stehen, wie entwickelt sich der Markt, auch das mal zu reflektieren, um dann ganz grob mal zumindest zu sagen, wo stehe ich denn in fünf Jahren? Das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei und wer vor drei Jahren eine Fünfjahresplanung gemacht hat, den hat Covid jetzt spätestens eingeholt, weil dann irgendwelche Planungen natürlich gar nicht mehr stimmen. Sowohl in die eine Richtung, wie beispielsweise im Einzelhandel oder als Gastronom, nämlich im negativen Sinne, aber auch auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt an die Hersteller von Tiefkühlschränken denken, die dann jetzt dafür Sorge tragen, dass die neuen Medikamente bzw. Impfdosen auch richtig gelagert werden. So, dann haben wir natürlich eine Kosten- und Ergebnisplanung. Wir müssen uns beispielsweise bei den Kosten anschauen, wie entwickeln sich denn beispielsweise Personalkosten, wenn wir jetzt wieder im Dienstleistungsbereich denken, natürlich der große Treiber, die Personalkosten. Und auf der anderen Seite, wie werden meine Ergebnisse sich gestalten? Und das ist natürlich ganz wichtig, um auch Plangewinn und Verlustrechnungen betreiben zu können, die wir uns dann auch nochmal anschauen. Wenn ich jetzt eine größere Einheit bin, dann budgetiere ich natürlich auch, also ich teile mein Gesamtbudget auf die dezentralen Einheiten auf, die dann in ihrer eigenen fachlichen Verantwortung auch Budgets verausgaben können, Budgets nutzen können, um den Geschäftszweck zu unterstützen. Auch Budgetierung ist jetzt nicht ganz so ein einfaches System, würde ich mal sagen, wenn man es gut betreibt oder richtig betreiben möchte. Vorteil ist aber, die modernen Standardsoftware-Systeme wie SAP bieten da riesige Hilfestellungen und da kann man auch technisch unterstützt relativ viel machen. Bilanzplanung schauen wir uns auch noch an, deswegen ist das hier FED auch markiert. Da kommen wir im Rahmen dieses Vorlesungsteils dann entsprechend auch nochmal zu. Über Berichtswesen hatte ich auch schon gesprochen, als wir über Reporting gesprochen haben. Da geht es einerseits eben um diese Berichtsysteme, ich habe gesagt, eine Berichtshierarchie, also die Information, die auf der untersten Ebene ist, wird weiter nach oben aggregiert. So muss es natürlich sein, damit so ein Gesamtberichtsystem überhaupt plausibel sein kann. Wichtige Information liefert in diesem Kontext natürlich auch Kennzahlen, also wenn wir bestimmte Dinge in ein Verhältnis setzen, wir hatten am Anfang dieses letzten Teils ja auch dieses Beispiel gebracht mit zum Beispiel Kosten im Verhältnis zum Umsatz, bei diesem Beispiel mit dem IT-Dienstleister und neben unserer Standard-Hierarchie gibt es auch Ausnahmeberichte, die sollten natürlich auf Ausnahmen, so ist der Name eben auch begrenzt sein und gerade jetzt in Covid-Zeiten können Sie sich vorstellen, dass es viele Ausnahmeberichte gibt, weil man nämlich bestimmte Sachverhalte jetzt einfach mal besonders analysieren muss, die sonst in einem normalen Geschäftsbetrieb, in einer normalen Entwicklung der Gesellschaft so nicht im Fokus gestanden haben. Ein ganz großes Themengebiet ist bei Controlling, ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Sie haben dazu, oder jedenfalls einen Teil von Ihnen im Bereich der Finanzierung und so auch so ein paar Grundlagen, da geht es insbesondere um die Kapitalwertermittlungen, es geht um Amortisationsrechnungen, also wann hat sich eine Investition wieder reingespielt sozusagen. Es gibt eher qualitative Methoden, so wie eine Nutzwertanalyse, also die ist weniger eben über Kapitalwert getrieben, sondern durch qualitative Aspekte. Da geht es dann auch in Richtung Vorteilhaftigkeit gesellschaftlicher Entscheidungen, also beispielsweise können Sie natürlich, wenn Sie eine Straßenbahn bauen versus einer U-Bahn beispielsweise, da können Sie natürlich die Kosten nebeneinander legen, aber wir sind uns glaube ich einig, dass der Wert einer Straßenbahn versus einer U-Bahn für die Gesellschaft eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich beispielsweise Sicherheit der Fahrgäste, Schnelligkeit des Verkehrs und so weiter, und deswegen gibt es auch entsprechende Methoden, die eben nicht nur auf den monetären Ansatz sich fokussieren, wie eben Kapitalwerte oder Amortisationsrechnungen. Dazu zählt eben auch hier diese Kosten-Nutzen-Analyse, da nimmt man die Kosten mit rein, also das ist so ein Mischding und was es in der, sage ich mal, in der IT gibt, gibt es eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für spezifische IT-Vorhaben, was natürlich durch die Digitalisierung in den letzten Jahren dann massiver Bedeutung gewonnen hat, um eben herauszufinden, lohnt sich eine Investition im Sinne der Digitalisierung oder der Informationstechnologie und oder im Vergleich zu anderen Investitionen, das ist auch die hoche Frage dabei. Also, das gehört so ganz grob alles dazu, was der Controller so, ich sag mal, in der Hand hat. Wir kommen dann nochmal beim Thema IT-Controlling nochmal eine Ebene tiefer, sozusagen. Wichtig ist zu verstehen, immer, dass natürlich der Geschäftszweck das langfristige Controlling-Interesse bestimmt, definiert. Und wenn ich jetzt in einer normalen Vorlesung mit Ihnen sitzen würde, dann ist es auch so, dass ich jetzt einfach mal fragen würde, womit verdient denn eigentlich Facebook sein Geld? Und da sind wir uns, glaube ich, einig, Facebook verdient sein Geld mit Werbung. Das heißt also Werbung. Und womit verdient, oder was bedeutet das eigentlich, was muss Facebook tun, damit diese Werbung möglichst lukrativ für Facebook ist? Und ich glaube, da sind wir uns auch eindeutig. Wir wissen, oder wer sich damit befasst hat, also die User müssen sich diese Werbung anschauen und umso länger sie die Werbung anschauen, umso weiter oder öfter sie quasi aus Facebook auf Werbung draufspringen und sich die Werbung anschauen, umso mehr verdient dann Facebook mit dieser Werbung. Und jetzt nicht nur Facebook, auch andere soziale Netzwerke natürlich oder eben Anbieter von Webseiten oder Informationsseiten im Internet, ganz allgemein, auch die Zeitungen können davon profitieren. Also Werbung. So, was ist also dann das Controlling-Interesse? Naja, das User-Verhalten natürlich. Also wir müssen, Facebook muss herausfinden, wer wie oft auf welcher Seite mit welchen Vorlieben und Interessen unterwegs ist. Und das erkennen Sie doch auch, wenn Sie sich anschauen, wenn Sie sich irgendwas mal angeschaut haben und gehen auf eine andere Webseite beispielsweise. Und genau das, was Sie sich vielleicht gerade in einem Online-Shop angeguckt, geschaut hat, taucht auf einer anderen Webseite für Sie als Werbung auf. Daran kann man eben erkennen, dass dieses User-Verhalten natürlich für den Werbungserfolg für Facebook ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, Controlling hat hier den Fokus auf User-Verhalten. Das kann man jetzt, ich will mal weggehen wieder, jetzt kommen wir mal zu herkömmlichen Industrien beziehungsweise auch Konzernen oder Unternehmen, die man halt kennt. Gehen wir mal zur Sparkasse. Was haben wir bei der Sparkasse? Naja, Sparkassen verdienen Zinsen, Gebühren, damit verdienen die natürlich ihr Geld. Das heißt, Zinsen sind ja im Moment relativ tief, deswegen geht es ja allen Banken nicht gut. Gebühren rücken mehr in den Vordergrund, also eine Kontonutzungsgebühr und so weiter. Was oder wie funktioniert das Ganze natürlich? Also logischerweise, die Kunden müssen die Leistung der Bank in Anspruch nehmen. Also beispielsweise einen Kredit abschließen, da gibt es Zinsen, oder eben das Konto intensiv nutzen, dann müssen sie mehr Gebühren bezahlen oder Wertpapiere kaufen, muss man auch Gebühren bezahlen oder, oder, oder. Heißt also, die Leistung der Sparkasse hier müssen in Anspruch genommen werden. Wie kriegt man, oder was ist dann das Controlling-Interesse, um dafür zu sorgen, dass die Kunden diese Leistung in Anspruch nehmen? Ich muss etwas über den Kunden wissen und das ist auch tatsächlich so, da sind die Banken immer hinterher, die analysieren natürlich ganz genau beispielsweise, wie viel Geldeingang haben sie im Monat. Danach sind ja auch teilweise Gebühren gestachelt, also wenn sie ein geringes Einkommen haben, müssen sie Gebühren bezahlen, haben sie ein hohes Einkommen, müssen sie keine Gebühren bezahlen. Warum? Weil natürlich hohes Einkommen auf dem Konto für die Bank mal von Nutzen ist, weil eher dann sie vielleicht auch mal einen Kredit aufnehmen können oder eben Wertpapiere kaufen, wo wieder Gebühren entstehen. Das heißt also, Kundenverhalten, wie viel Geld geht ein, von welchen, ja, wie viel geht da ein, wie oft sprechen sie mit ihrem Bankberater, was interessiert sie, ganz wichtig hier, um was verkaufen zu können. Dann natürlich die Kontostände, sind sie immer schön, was ja aktuell auch ein großer Vorteil sein kann, wenn man immer schön im Minus ist, weil die Überziehungszinsen natürlich sehr lukrativ sind für die Banken. Also wo ist der Kontostand, wofür geben sie eigentlich ihr Geld aus? Und da gibt es eben auch eine Methode, diese ABC-Analyse, die also quasi eine Klassifizierung von nicht nur von Kunden, auch von anderen Bereichen vornehmen kann. Das können auch Lieferanten sein, beispielsweise. Und diese ABC-Analyse, die sehen wir auch noch im weiteren Verlauf dieser Vorlesungsreihe. Die ist auch relativ einfach, relativ bekannt. Ich denke, die eine oder andere von Ihnen wird das auch schon mal gesehen oder gehört haben. Gehen wir weiter zu VW. Na, womit verdient VW? Geld natürlich mit Autos. Und wie? Na ja, am besten natürlich mit Kauf und Wartung und das Ganze natürlich möglichst hochpreisig. Das heißt also, ein Interesse muss immer darin bestehen, möglichst hochpreisig zu verkaufen. Und was wir auch wissen, ist eben dieses Thema Wartung spielt eine große Rolle. Die ganzen Autokonzerne sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass es wenige freie Werkstätten gibt und man das alles bündelt, entweder in große Ketten oder auch in eigene Betriebe sozusagen, um eben auch beim Wartungsgeschäft natürlich die eigenen Produkte verkaufen zu können und damit eben möglichst hochpreisig die Kundschaft zu bedienen. Deswegen ist auch bei Automobil ganz allgemein, ist immer wichtig, dass man möglichst enge und gute Kundenbindungen natürlich betreibt, weil man Markenwechsel nicht so oft stattfinden und sind wir ehrlich, wer kauft sich jedes Jahr ein neues Auto, das sind die wenigsten. Das heißt, die Bindung ist so wichtig. Die Bindung an die Marke oder auch im VW-Konzern eben die Bindung an den Konzern verbunden. Das heißt also, eigentlich kann es VW ja egal sein, als Gesamtkonzern, ob ich einen Wagen bei Skoda kaufe, bei Audi kaufe, bei VW kaufe, bei Seat kaufe oder sonst wo. Hauptsache der Kunde ist bei mir. Deswegen ist auch manchmal die Markenpolitik darauf ausgerichtet, dass man beispielsweise jungen Leuten einen Einstieg schafft mit geringem Einkommen oder noch nicht so hohem Einkommen, beispielsweise über einen Seat oder einen Skoda und man sie dann weiter begleitet, dann werden sie erfolgreich, wenn sie dann ihr Studium beendet haben und dann erfolgreich einen Beruf starten, dann können sie sich vielleicht auch einen VW leisten oder einen Audi leisten. Oder eben auch die Lebenssituation verändert sich, nämlich dahingehend, dass sie vielleicht Kinder bekommen, ein größeres Auto brauchen und so weiter und so weiter. Also ganz klar Kundeninformationen, Kundenzufriedenheit. Es gibt deswegen, gerade wenn sie mal ihr Auto in die Werkstatt gebracht haben, ganz oft eben Befragungen und natürlich vermeintliche Goodies, man lädt sie ein, sie kriegen Werbung nach Hause geschickt und so weiter. Also diese Kundeninformationen, Kundenzufriedenheit sind bei Automobilherstellern entscheidend, weil man eben nicht auf die Marke wechselt und eben über das weitere Zusatzgeschäft eben auch ganz viel entsprechend gemacht werden kann beziehungsweise erfolgreich langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut werden können. So ist eigentlich der richtige Ausdruck. Also man sieht immer, Geschäftszweck bestimmt das langfristige Controlling-Interesse und das zieht sich natürlich durch. Nehmen wir mal jetzt noch ein weiteres Beispiel hinzu, wenn Sie an eine Hochschule denken, jetzt denkt man, das kann ja hier gar nicht so dazupassen. Doch, die Hochschule verdient auch Geld mit, man soll es nicht glauben, mit der Anzahl der Studierenden, also geringe Studierendenzahlen, geringe entsprechende finanzielle Mittel des Landes beispielsweise. Das bedeutet auch, wir müssen auf die Kundenzufriedenheit beispielsweise achten, wir müssen auf erfolgrechte Studierenden in den Arbeitsmarkt integrieren und daher, auch da kann man sofort das Controlling-Interesse ableiten. So, kommen wir zu dem Begriff Ergebnisrechnung. Da geht es mir jetzt darum, dass man weiß, was eine Ergebnisrechnung ist, weil das ist jetzt nicht ein Teilelement, also das können Sie auch wie folgt vorstellen, wenn Sie eben bei VW, sind wir gerade stehen geblieben, sich überlegen, was treibt es, mein Ergebnis, mein Betriebsergebnis, dann bedeutet das natürlich zum Beispiel das Produkt VW Golf und dann gibt es noch die VW Passat, dann gibt es noch, was weiß ich alles, ein Tiguan. Also da haben wir einmal schon mal die Dimension Fahrzeug. Eigentlich ist es dann Fahrzeugklasse, weil es wäre im weiteren wieder wichtig zu wissen, was verdiene ich oder welches Betriebsergebnis, was es oben ist, ist ja hier schon dokumentiert. Wie setzt sich das Ergebnis in der Fahrzeugkategorie VW Golf zusammen, weil wir haben auch VW Golf Kombi, wir haben auch VW Golf Viertürer, wir haben auch VW Golf hochmotorisiert, geringmotorisiert und so weiter. Das heißt also, das Gesamtergebnis setzt sich natürlich aus diesen Teilbetriebsergebnissen zusammen und deswegen sollte man diesen Begriff Betriebsergebnis einfach mal verstanden haben und hier geht es natürlich im internen Rechnungswesen, das kennen wir aus den Vorlesungen, eben um Erträge minus Kosten, da sind wir nämlich genau in der Kosten- und Leistungsrechnung und das haben wir ja auch behandelt. Hier haben wir beispielsweise theoretisch auch noch andere Werte, wenn wir an die kalkulatorische AFA beispielsweise denken, als im externen Rechnungswesen, da haben wir nämlich nur die Aufwendung aus der Buchführung, da hätten wir eben keine kalkulatorische AFA, die erinnern sich hoffentlich ganz dunkel, nämlich das Ergebnis sind dann Erlöse minus Aufwendung und dann haben wir das Ganze natürlich auch noch in unterschiedlichen Zeiteinheiten oder Zeitdimensionen typisch, ich hatte es gesagt, ist natürlich monatlich, quartalsweise, jährlich, also wir müssen permanent gucken, wie gestaltet sich unser Betriebsergebnis und da haben wir in zwei Dimensionen, im Externes und ein Internes, das haben wir alles schon entsprechend in den letzten Wochen behandelt. So, und das Ganze ist natürlich immer ein Ergebnis für ein bestimmtes Merkmal, ich habe das gerade gesagt, das könnte jetzt zum Beispiel der VW Golf sein, das könnte der Passat sein oder innerhalb dieser entsprechenden Klasse dann auch unterschiedliche Abstufungen und es könnten auch einzelne Produkte sein, es könnten gesamte Unternehmens Sparten sein, das heißt also immer dieses Merkmal in der Betriebsergebnisrechnung ist eben immer auch gestaltet dadurch, was ich inhaltlich in meinem Geschäft im Kern halt tue, Sie könnten sogar darüber nachdenken, um es jetzt mal wieder ganz einfach auszudrücken, wenn Sie wieder einen Kiosk betreiben, ein Merkmal meines Betriebsergebnisrechnung wäre beispielsweise Getränke und dann könnten wir nochmal unterscheiden in alkoholische Getränke, nicht alkoholische Getränke, neben Getränken könnten wir beispielsweise wieder Süßigkeiten haben, neben Süßigkeiten haben wir mit Sicherheit noch Zigaretten oder Rauchwaren, das wäre wieder so eine einzelne Sparte sozusagen, dann könnten wir natürlich auch noch keine Ahnung oder Kaffee verkaufen, also wie auch immer, Sie sehen schon und dann kann ich eben genau ermitteln, was ist das Ergebnis, also Gesamtergebnis und wie setze ich das eigentlich zusammen, wenn ich mir meine einzelnen Produkte und Inhalte einfach anschaue. So, es gibt natürlich diese Ausbildung dieser Betriebsergebnisrechnung, das können natürlich beispielsweise interne Organisationseinheiten sein, also die Produktion der Autos beispielsweise oder eben auch externe Marktsegmente, was beispielsweise bei VW interessant ist, das Marktsegment Nutzfahrzeuge in China versus Marktsegment Nutzfahrzeuge in Europa. Auch das wäre wieder eine Ausprägung der Betriebsergebnisrechnung und das Gute ist eben, dass man diese Merkmale in den Standardsoftware Systemen relativ gut und eindeutig eben auch ausprägen kann und dann kann ich eben um Überbuchungszuordnungen dementsprechend auch diese Betriebsergebnisrechnung ich will nicht sagen einfach, aber doch mit überschaubarem Aufwand bedienen, auswerten und daraus dann für das Controlling auch die Rückschlüsse ziehen. Gehen wir nochmal eine Ebene weiter, dass man sich nochmal sehr gut vorstellen kann, es können natürlich auch noch mehr Merkmale sein, ich habe das gerade angesprochen, ich habe gesagt beispielsweise einzelne Produkte, Produkte, Marktsegmente und daraus kann man eben solche verschiedensten Merkmale, die hier nochmal dargestellt sind, eben unterscheiden, eben Geschäftsfälle, Spartenbranche, Kunden, Produktgruppen oder Kunden, hatte ich noch gar nicht gesprochen, Regionen, hatte ich gerade gesagt und dann können wir nämlich ein Ergebnisobjekt haben, dass genau das Produkt in der spezifisch eigenen Region, DB heißt ja natürlich Umsatz plus Deckungsbeitrag mit Produkt A in der Region 1 auswerten und das ist natürlich dann die Basis für alles, was ich hinterher im Controlling dann entsprechend aufbereiten, empfehlen und ableiten kann. Der Kern wäre ja schon, das können Sie sich auch gut vorstellen, nämlich hieraus schon mal abzuleiten, welches ist denn eigentlich mein bestes Produkt sozusagen, mein bestes Ergebnisobjekt und daraus kann ich eben lernen, dass man dann mit diesem Produkt vielleicht auch den Preis erhöhen kann oder dass man dort Nachfolgeprodukte dringend etablieren muss, denken Sie an den VW Golf, ist ja schon ein ewig erfolgreiches Produkt und dass man natürlich da immer auf die Entwicklung besonderer Sorgfalt blickt, ist dann eigentlich sachlogisch. So, warum das Ganze nochmal hier zusammengefasst, das eine ist natürlich, wir haben eine frühzeitige Situationsbeurteilung und Unternehmenssteuerung, Forecast, also wenn ich sehe, dass so ein Ergebnisobjekt, ein Produkt wie der VW Golf sich jetzt vielleicht in den ersten zwei Monaten nicht gut verkauft, dann muss man das analysieren, muss das hochrechnen und muss sich dann überlegen, was kann ich jetzt tun, ich könnte beispielsweise Werbung schalten, ich könnte Anreize setzen, das kennen Sie alle aus der Werbung, wenn die dann sagen, ja und für ausgewählte Modelle gibt es jetzt einen Rabatt von irgendwas, also das sind hier ganz konkrete Maßnahmen dann daraus, dass ich diese Situationsbeurteilung vorgenommen habe. So, dann haben wir die laufende Ergebnisanalyse, also wo stehen wir jetzt im Plan-Ist-Vergleich, also was hatte ich geplant, was im Ist, also wo lande ich dann damit auch wahrscheinlich in der Gewinn- und Verlustrechnung, wenn ich jetzt mal die einjährige Planung uns anschaue und natürlich gibt es hier Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ergebnissituation, also beispielsweise wenn ich weiß, der VW Golf verkauft sich jetzt nicht so gut, vielleicht kann ich die Produktion zurückfahren oder ein Werk, was ja oft gemacht wird, ist beispielsweise wenn ein Produkt nicht so gut läuft, dass man dann die Werksferien verlängert und damit sicherstellt, dass beispielsweise geringere Kosten anfallen und damit natürlich eine Verbesserung der Ergebnissituation tatsächlich auch eintritt. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Ich habe hier mal eine Studie herausgenommen, also zum einen sollte man eben wissen jetzt grundsätzlich, was eine Ergebnisrechnung ist und jetzt mal hin zu dem, was im Controlling eigentlich gerade passiert. und dann ist das hier eine Studie aus dem Jahr 2018 und da wurde gefragt, welche Bedeutung einzelne Elemente, die sehen Sie ja diese Zukunftsthemen auf der linken Seite, über den Zeitablauf haben. Also 2011, 2014, 2017 und dann 2018 die Einschätzung bis 2022. Zum einen kann man hier unten sehr gut erkennen, Controller-Nachwuchs hat entsprechend zugenommen, also man sieht das hier auch im Bedeutungszuwachs, das heißt, das ist für Sie auch eine sehr, sehr gute Markt- oder weiterhin eine sehr komfortale Marktsituation und was man auch noch sehen kann, jetzt ganz allgemein gesprochen, hier Informationssysteme, also IT nimmt zu, Business Analytics, also das Auswerten, Interpretieren von Daten ganz wichtig, dann eben und das Thema eben Datenmanagement, also das, ja, ich habe gerade davon gesprochen, wie man auch Informationen aus den betrieblichen Systemen dort herausziehen kann, diese Basissysteme habe ich hier angesprochen und da geht es eben um das Management der Daten, das Lernen aus diesen Daten und so weiter. Das heißt also, man sieht, dass sich Controlling entwickelt auch stärker in dieses, ja, ich sage mal Analytische und weniger in das, ja, wie soll ich sagen, weniger in dieses, sage ich mal, reine Zahlenfrickeln, aufbereiten, präsentieren und deswegen ist das Ganze natürlich auch sehr eng mit Wirtschaftsinformatik oder angewandter Mathematik oder so verbunden, weil wir dann nämlich über ganz andere Kompetenzen sprechen. Das heißt, das, was Sie lernen, ist durchaus sehr gut geeignet, um sich auch im Controlling, wer dazu Interesse hat, sich breit zu machen beispielsweise und da gibt es eben ohne Ende Bedarfe, die man jetzt hier sich auch aus den Zahlen ableiten kann. Das nur mal als Hinweis. Genau, das machen wir hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.